so und da sind wir mal wieder mal wieder und ich hänge immer noch hier an dieser felsspalte und da drüben ist immer noch ein wenig eisen und da laufen zombie rum oben auf einer unserer brücken läuft ein zombie rum und da kommst du hinterher und ich hab wieder einen ping der geht gar nicht so hallo wer hängt denn da in der ecke könntest du dich wieder einkriegen computer dankeschön also minecraft geht mir total offen da und da unten ist ein creeper ich hab mich abholen holst du mich bitte ab hier sind jetzt zwei creeper der creeper ich habe ihn gesehen ich hänge hier an der wand kannst du bitte in die schlucht gehen und die viecher töten hä ich treffe den nicht was war das denn jetzt ja gehst du bitte unten in die schlucht der creeper ist tot ja aber hier ist noch einer unter mir wo ich sie da kann ich habe sie noch gerade noch gesehen ach da hinten in der ecke lauf mal hatte vielleicht treffe ich den so trefft ihr nicht so treffe ich ihn aber der nächste fliegt runter wo kommen die denn her ah kannst du dich bei dir mal nach unten buddeln da ist nämlich eisen da wollte ich nämlich vor sich darunter ist kein blog mehr den blog kannst du werke auch noch einen blog ja und darunter ist das eisen es musste an die seite gehen daneben ist noch ein blog eisen ja dann stell dich da drauf wo kam der creeper her der eine creeper kam von oben runter geflogen der ist quasi direkt neben mir vorbei kopf nahe vorbeigeflogen ähm wenn du dich da jetzt hochbuddelst bei dir hua hi dann könntest du da oben ne Höhle mal ausleuchten ja ich könnte mach ich aber nicht ja stattdessen kommst du lieber runter gefallen genau der creeper kam von hier hinten irgendwo komm wir denn bitte her da hinten steht noch ein creeper den sehe ich sogar lachen wo bist du hin schad was lacht der dich an oder was ja da hinten ist eine Höhle und da oben da hinten guck gerade durch jetzt am wasserfall vorbei siehst du äh nö da hinten durch wo das eisen ist gegenüber dem eisen jetzt schmeißt er uns beide in die luft da wenn er jetzt runterfällt ja gut da und da oben hängt er hab ich den erwischt weiß ich nicht nee ich glaub nicht der hängt da oben noch jetzt hab ich den erwischt ja die bobble fallen runter ja und der kackt die spawnen ja echt wenn hier nur ein block absteht hier ist aber eisen was würde ich da jetzt rüber bauen für die bergbauleute hier was ah ich hab heiße ware gefunden was denn ja du bist jetzt schon zu weit hoch du siehst das jetzt nicht hier ist ein lavasee das ist so ein thema heiße ware wieso heiß lava ist heiß ja hab ich ja gesagt heiß deswegen sag ich ja das ist so ein thema heiße ware ja bauen wir hier mal so ne abgrenzung mi 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 ist hier jemand mi 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 nö so oh da unten ist noch eisen da gegenüber ist auch noch eisen überall noch eisen hier noch ein bisschen hier nach unten bauen ich hab's auch überall eisen ja dann baust du auch ab was denkst du was ich grad mach ich kann's doch für dich lassen dann kannst du's abbauen nee danke warum kannst du vorbeikommen nee ich bau hier grade irgendwelche konstruktionen wo ich dann das zeug mit abbauen kann so na da müssen wir wohl nochmal vorbeischauen so um das eisen auch mitzunehmen das wird da niemals runterfallen so und schön licht da lassen damit uns nicht wieder irgendwas auf den kopf fällt also da hat ich ja die lava gruppe gefunden überall eisen ey ich hab ja den eisenberg gefunden ok ich glaub da vorne bauen wir uns nochmal hoch hin das ist zu blöd mit da runter 3 4 5 6 7 8 8 eisen außerhalb nicht auf dem stein den ich bin immer sehr blöd so erst mal gucken ob irgendein Viech hier ist das wär ja ziemlich blöd das hat ja der ähm Sepp schon mal gemacht seinem Wort dass ich runter wo grad ein Pieper unter ihm steht so ah da hinten ist ein Zombie Schatz irgendwie ist da oben immer noch nicht richtig ausgeleuchtet irgendwo wenn da immer noch so Viecher rumspawn Sagen sie von oben runter fallen ist mir scheißegal ist das schön wieso dann tun sie immer noch bei dir explodieren nö weil sie von wenn sie von ganz oben runter fallen sind sie tot ja und hier unten steht jetzt ein Creeper und ein Zombie danke ich sag ihr du musst oben mal ausleuchten du weißt ja nicht wo die herkommen weiß ich nicht deswegen will ich ja jetzt eigentlich hier mal ausleuchten aber ich komm ja noch nicht mal hier aus meiner Ecke raus hier ist ein komischer Vorsprung der Wasserfallvorsprung regnet das draußen wieder? ah das war grad meine Laptop-Taste ha 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 ich hatte dieses Geräusch so äh was war denn hier für ein Überweg wo bin ich? ich sehe dich dahinten rumlaufen wo bist du? auf einem von den vielen Überwegen über diese Schlucht so dann begeben wir uns mal da auf diesen Abhang und so so dann noch einen weg und dann kann man hier unten auf dieser Höhe hier etwas rum rennen ich glaub von viel weiter oben kommen die gar nicht dann müssen wir uns von irgendwo hier runter fallen so dann machen wir hier erstmal Hölle eh ich komm nicht dran da so so wo kommt wohl dieser Quiefer her da hinten so das noch weg und das noch weg willst du so viel Eisen ich hab? mhm ich will wissen dass du nicht stirbst bis du wieder an der Truhe bist ach davon kann ich nichts garantieren aber Eisen finden das kann ich garantieren so so hast du bei der anderen Schlucht gerade? kann das sein? ja so ich werde hier irgendwo rumgraben ja ich grabe auch hier rum unten sind über die grünen Männchen wo sind die Aliens? wo sind die Aliens? hehehe ich glaub hier kommen die alle runter gefallen so wo think what's play what's in your head? muss er sagen Schatz, nicht singen. Daher wird unser Let's Play deswegen noch gesperrt. Stimmt. Die Musik gehört hier nämlich nicht. Also jetzt kriegen wir echt eine Verwarnung wegen deinem kleinen Gesinge. Ist ja nur ein Zombie hier seine Schuld. Ach, da oben hängst du Zombie. Das stört YouTube aber nicht. Die sagen, du bist es schuld, wenn du gesungen hast. So, da drüben ist noch Eisen. Ob wir wirklich drankommen, sehen wir jetzt gleich. Also da unten ist jetzt noch der Zombie. Und wo ist der Creeper hin? Der muss auch noch irgendwo da unten rumgeistern. Komm her, Kugel. Komm mal oben. So, jetzt können wir auf jeden Fall hier das Eisen abbauen. Und sogar auffangen. Wunderbar. Ist da oben noch mehr Eisen? Hier unten liegt Eisen für dich. Boah, immer du schon wieder hingerannt bist? Ich bin gerade unter dir. Hier unten. Schatz, wo bist du? Ja, ich bin nicht unten in der Schlucht. Hey. Egal. Ich habe mir mal fünfmal am Fuß gebrochen und bin da. Wo soll es hingehen? Ich sammle das Eisen hier auf und dann sind wir gleich durch hier mit der Schlucht. Ich tue mal den Zombie da unten. Ja, dann schlechte ich an mir vorbei oder so. Es läuft, hier geht es in Richtung Treppe. Wo auch noch Eisen ist. Siehst du? Nee, da unten müsste noch ein Creeper rumlungern, deswegen wäre ganz nett, wenn du da mal runtergehen würdest. Ich bin schon unten. Ach so. Ich habe die Abkürzung genommen. Mhm. Die schmerzliche Abkürzung. Die Abkürzung. Also, wenn du Teile von meinen Füßen siehst. Ja, dann weiß ich, wem sie gehören. Mhm. Ach, hier ist noch Eisen. Ah, das Lapislazuli ist cool. Hier geht es bestimmt auch noch irgendwo noch tiefer, oder? Ich weiß nicht, auf jeden Fall haben wir hier eine schöne Höhle ausgebuddelt. Ich sehe hier noch einen Creeper. Wo hast du einen Creeper gesehen? Ich von oben habe ich den gesehen. Ich habe da nur einen Zombie gesehen. Okay.